Was wären unsere Lieblings-Disney-Filme ohne ein Ende, das uns glücklich macht? Ich bin am Leben! Mein Disney-Magic-Moment als Kind war, wo Pinocchio zum richtigen Jungen wird. Das Schöne bei Disney-Filmen ist ja, dass es immer ein Happy End gibt. Happy End! Disney ist für mich einfach gut feeling, Filme gucken. Deutschland hat gewählt. Freuen Sie sich auf die Top 15 der größten Happy Ends. Disney-Magic-Moment, Dienstag 20.15 Uhr. Natürlich auf dem Disney Channel. Ich Papa 18.17 Uhr. Wie ist mit zehn Fahrer damit Robert trop hoch ist? Die Natur! Es gibt den Geord hombres-F Denise-Innen pathetic.